Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Clara Fuchs und ich bin Autorin und Sportwissenschaftlerin. Wir haben aktuell Oktober. Was bedeutet das für die weibliche Gesundheit? Jährlich wird im Oktober auf das Thema Brustkrebs aufmerksam gemacht. Es soll nämlich ein Bewusstsein für die Vorsorge, Erforschung und Behandlung von Brustkrebs geschaffen werden. Heute möchte ich kurz auf das Thema Vorsorge eingehen. Denn wenn Brustkrebs früh erkannt wird, sind die Heilungschancen auch besser. Aus diesem Grund empfiehlt die österreichische Krebshilfe für Personen ab 40 Jahren, alle zwei Jahre eine Mammografie zu machen. BIPA liegt es besonders am Herzen, gemeinsam mit Pink Riven Bewusstsein zur Brustkrebsvorsorge zu schaffen und bringt eine eigene Limited Edition in die Filialien und den Online-Shop. Die Duschseife Lavendel und Jojobaöl von Be Good ist mit der pinken Schleife versehen und soll so einen liebevollen Reminder zur Vorsorge bieten. Die Sci-Face ist vegan, na-true-zertifiziert und enthält natürliche Inhaltsstoffe. Diese liebevolle Erinnerung kann auch verschenkt werden an Mütter, Schwestern und Freunde, damit nicht auf die Vorsorge vergessen wird. Ich achte auf meine Familie, ich achte auf meine Freunde und ich achte auf mich. Das ist gut für mich und gut für meine Welt. Und jetzt?